Was geht ab Leute Satan ist wieder da und zwar heute mit dem One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 956 mit dem schönen Namen Big News. Und ja das Kapitel Review ist ein bisschen spät dran, was aber einfach daran liegt dass das Kapitel so gewaltig war und wie ihr seht habe ich ein neues Aufnahme Setup und das ganze einzurichten hat echt ein bisschen gedauert. Fangen wir aber direkt mal mit dem Kapitel mit der Cover Page an und zwar sehen wir dort Capone Gang Badge, welcher mittlerweile wohl in Dressrosa angekommen ist, wobei ich mich nicht an einen Westport erinnern kann, aber naja gut vielleicht haben wir auch nicht ganz Dressrosa gesehen. Auf jeden Fall scheint er wohl zwei Marineleute erledigt zu haben und trifft dort auf einen Typen mit einer Gitarre, der Chiffon erkennt, naja zumindest so halbwegs, denn er denkt Chiffon wäre Lola und hätte wohl endlich einen Mann gefunden. Was ich mich an dieser Stelle jetzt eigentlich einfach nur frage ist, wann war Lola in Dressrosa? Im Grunde gibt es dafür eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, entweder als sie damals von Big Mom abgehauen ist, dass sie so auf Dressrosa landete irgendwann und dann weiter Richtung Florian Triangle ging, oder aber das ganze ist erst nach Thriller Bug passiert, würde auch erklären warum Capone jetzt mittlerweile auf Dressrosa sich befindet, weil er irgendwie vielleicht eine Spur von ihr gefunden hat und dieser eben entlang geht. Sind wir gespannt wie diese ganze Familienzusammenführung noch weiter geht. Neptun und Shira Hoshi zurück auf die Fischmenscheninsel. Garb erklärt uns, dass die Reverie immer so eine komische Farce sei, denn die Könige tun zwar immer so als wäre Eitel Keitel Shonenschein, aber in echt hassen sie sich gegenseitig und möchten sich am liebsten gegenseitig erobern. Doch für Garb ist es so, solange kein Blut vergießt ist alles in Ordnung. Aber er sagt auch gleich mit einem düsteren Blick, dieses Jahr war alles irgendwie ein bisschen anders, also können wir wohl davon ausgehen, dass auf der Reverie Blut vergossen worden ist. Und genauso wie Garb auch sagt, hat es diesmal wohl was mit Alabaster zu tun. Frage ist wen hat es wohl erwischt, König Cobra oder Vivi. König Cobra wäre ja im Grunde so das näher liegende Ziel, ein armer kranker König, den man halt einfach mal tötet und so vielleicht Alabaster übernehmen könnte. Aber wir können uns ja alle noch daran erinnern, dass im Sommer Vivis Proste in der Hand hat, also hatte er irgendwas mit ihr vor. Wollte er sie zuerst umbringen, ist sie das Licht das ausgelöscht werden muss. Oder aber hat er dafür gesorgt, dass König Cobra stirbt, dass Vivi letzten Endes auf den Thron kommt. Komische Geschichte. Garb beruhigt aber erstmal Neptun, er solle doch bitte nicht die Menschen hassen dafür was of the Reverie passiert ist, denn nicht alle seien ja so. Was ich mich jetzt aber eigentlich frage ist, konnte Neptun denn eigentlich seine Frage stellen? Ich meine er wollte ja die ganzen Fischmenschen auf die Oberfläche umsiedeln lassen. Genau, das ist das richtige Wort. Konnte er die Frage nun stellen oder konnte er es nicht? Das werden wir wohl nicht so schnell erfahren. Wir bekommen einen Shot vom Pangea Castle und was mir da gleich aufgefallen ist, es sieht alles so heile aus. Ich meine, es haben doch letzten Endes zwei Marinefuzzis, also hier zwei Admirele, Fujitora und Ryukugu oder wie auch immer der heißen soll und immerhin fünf Kommandeure der Revolutionsarmee gegeneinander gekämpft. Zumindest wurde es so angedeutet. Sollte da nicht irgendwie so ein kleines bisschen Schaden irgendwo passiert sein, so ein bisschen am Schloss oder wenigstens ein Baum der umgefallen ist oder sowas in der Art. Das finde ich doch schon irgendwie eher seltsam, dass es da halt wirklich kein Anzeichen für einen Kampf geben soll. Wir drehen nun die Zeit ein bisschen zurück und sind auf einem fliegenden Schiff und zwar dem Hauptquartier von Morgens und The World Economics Newspaper. Er überlegt sich die ganze Zeit, was er denn letzten Endes auf die Titelseite klatschen will mit schönen Titeln, so richtig schön Clickbait wie einige YouTuber da draußen. Wie zum Beispiel, oh es gab wohl einen Mord auf der Rarvery. Einen Mord? Oh verdammt, doch König Cobra oder wie wie wohl? Der Mörder sei wohl nicht gefunden worden? Frage ist es, kam es jetzt von der Seite der Weltregierung aus? Ein geplanter Mord im Sommer? Oder doch die Revolutionsarmee, die irgendjemanden hingerichtet haben, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Sabo eine Cobra oder eine Vivi töten würde, aber vielleicht ist doch noch jemand ganz anderes tot, wir wissen es noch nicht. Oder soll er lieber auf die Titelseite hauen, was alles auf der Rarvery entschieden wurde? Und das lässt andeuten, dass wohl so einige brisante Neuigkeiten auf der Rarvery passiert sind bzw. es Neuigkeiten für uns geben wird, die uns sehr interessieren könnten. Und zumindest eine davon kriegen wir noch etwas später im Kapitel. Plötzlich kommt hier dieser Fotograf oder dieser Ex-Fotograf der Marine, den wir so ein paar mal einfach mal in verschiedenen Kapiteln gesehen haben, der mir die Steckbrieffotos gemacht hat, der aber mittlerweile für die World Economics Newspaper arbeitet und übergibt morgens einen Brief. So wie es aussieht, ist es ein Brief der Weltregierung mit einem fetten Scheck und zwar soll er wohl eine Info nicht rausdrucken. Und das macht morgens natürlich nicht glücklich. Er scheißt auf das Geld und will lieber die News rausbringen als auf seine Zeitung. Denn letzten Endes verdiente damit ja sein Geld und das wird wahrscheinlich deutlich mehr sein als der fette Scheck der Weltregierung. Plötzlich indreißt sich der Fotograf das Gesicht. Keine Angst, es kommen jetzt keine Knochen oder so vor, wir haben hier nicht einen zweiten Brook oder sowas. Nein, denn darunter hat sich ein Cypherpol Agent versteckt mit einer falschen Maske. Und dieser bedroht morgens mit einer Waffe, dass er tun soll, was man ihm befiehlt. Ja und wer jetzt denkt, oh oh, schon wieder Fake News, schief gewickelt. Morgens hat es nämlich ordentlich drauf. Und zwar verprügelte er einfach mal kurz um diesen Cypherpol Agenten. Ich meine, ich denke nicht, dass er jetzt von der CP9 oder CP0 oder sowas ist. Das wird wahrscheinlich irgend so ein No-Name-Agent gewesen sein, CP1, CP2 oder so, der nicht viel drauf hat. Aber trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass morgens einfach mal so irgendjemanden überhaupt verprügeln kann. Scheinbar ist er mit seiner Teufelsfrucht doch stärker, als wir gedacht haben. Möglicherweise hat er doch eine erweckte Teufelsfrucht, hat dahingehend einfach ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Physis, eine bessere Erholungskraft. Und was ich mich schon immer gefragt habe, beziehungsweise zumindest seit wir morgens kennen, habe ich mich das gefragt, ob er seine komischen Zeitungsvögel steuern kann. Ist vielleicht auch eine erweckte Kraft eine so ein Teufelsfrucht, dass man mit den Tieren seiner Art kommunizieren kann? Interessant. Naja, morgens sagt auf jeden Fall, dass es wohl an dieser Stelle nicht mehr safe sei und deswegen fliegt er mit seinem Schiff weg. Und ja, ihr habt richtig gehört, er fliegt, ähnlich wie bei der Macher Axim. Er hat so ein riesiges Schiff, das aussieht wie so ein Teekessel mit einem riesigen Ballon dran, was gleichzeitig von Zeitungsvögeln gezogen wird. Oh, der kommt auf Ideen. Lesen die Leute die Zeitung und sind sichtlich schockiert von den Ereignissen, die wir natürlich nicht einfach gleich erzählt bekommen. Auch auf dem Kamerbaker Kingdom, wo die Revolutionäre sich momentan versammeln, lesen sie alle die Zeitung und sind extrem schockiert. Also wenn wir hier mal, ich blende es euch auch gleich ein, Ivankovs Gesicht sehen oder auch Bello Bettys Gesicht oder vor allem Dragons Gesicht, die sind extrem schockiert. Also muss irgendwas Heftiges auf der Reverie passiert sein. Und alle reden hier jetzt irgendwie über Sabo. In den meisten Videos, die ich bisher gesehen habe zu diesem Kapitel, gehen die Leute davon aus, dass Sabo tot ist. Also dass Sabo wohl von der Weltregierung hingerichtet wurde oder zumindest gefangen genommen wurde und demnächst hingerichtet werden soll. Ich interpretiere das Ganze ein wenig anders. Und zwar glaube ich eher daran, dass es heißt, dass Sabo womöglich König Cobra getötet haben soll, dass er also der Mörder sein soll. Und somit wollen sie einfach schaffen, dass die Revolutionäre etwas von ihrem Ruf einfach verlieren, dass die Leute ihnen einfach nicht mehr vertrauen und sie eben nicht mehr so viele Leute in ihre Reihen ziehen können. Macht für mich ein bisschen mehr Sinn, weil ich denke nicht, dass Oda jetzt Sabo einfach so schnell hinrichten lassen würde. Ich meine, come on, er war ewig für tot geglaubt, er kam wieder, kriegt die Feuerfrucht von seinem toten Bruder, also Bruder, und jetzt soll er einfach so sterben? Das wäre doch ein bisschen seltsam. Naja, Dragon bewahrt wie immer einen etwas kühlen Kopf, auch wenn er ein extrem schockiertes Gesicht hat, aber sagt, hey, 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 wartet, 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 wartet. Deshalb müssen wir erstmal sicher gehen, dass diese Informationen, die in der Zeitung sind, auch letzten Endes überhaupt stimmen. Ja, da hat er eigentlich recht. Auch Sabos richtiger Bruder, also nicht Ace und Ruffy, sondern dieser komische König hier namens Steli, liest die Zeitung und ist schlichtlich schockiert, dass Sabo wohl in Mary Joa war. Naja, komisch. Die Szene switcht dann rüber ins Goa Kingdom und zwar auf die Insel bzw. in das Heimatdorf, wo Ruffy, Ace und Sabo gelebt haben und wir sehen komischerweise Makino. Sie sagt, Sabo, er ist, oh oh, okay, vielleicht ist er wohl doch gestorben, das wäre natürlich echt heftig. Auf jeden Fall sieht sie ziemlich traurig aus, also, ja, muss ich vielleicht doch gestehen, dass an dieser Sache mit Sabo ist tot, vielleicht doch mehr dran ist, als ich glauben möchte. Wir sehen auch wieder das kleine Kind, von dem wir immer noch glauben, dass es ja von Shanks ist und sagt, da, 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 da. Das soll jetzt aber bestimmt keine Andeutung sein, dass Sabo jetzt irgendwie der Vater ist hier. Das wäre auch ein bisschen strange, muss ich sagen. Ein bisschen sehr, sehr strange. Wir sehen auch die Bergbanditen, die erst rumheulen und zwar sagen sie, hey, wir haben gerade erst herausgefunden, dass du am Leben bist. Mensch, und jetzt, hmm, schwierig. Naja, das Ganze zu deuten, ist echt so eine Sache. Klar, man kann es entweder so deuten, ja, Sabo wurde hingerichtet, das steht in der Zeitung, das lesen sie, deswegen sind sie alle traurig. Man kann das Ganze aber auch im Grunde genauso auffassen, beziehungsweise die gleichen Reaktionen zeigen, wenn es in der Zeitung nur stehen würde, Sabo, eine der Revolutionsarmee, hat König Kobra, einen König von Alabasta getötet und soll nun in Zukunft hingerichtet werden. Er wurde gefangen genommen und er soll hingerichtet werden, oder beziehungsweise er hat ja sein Hinrichtungsurteil, denn laut Morgens hat man ja den Mörder noch nicht wirklich gefunden. Und wenn sie das natürlich lesen, sind sie doch genauso traurig, weil sie davon ja ausgehen schon, dass er demnächst tot sein wird. Wäre, wie gesagt, auch so eine Variante und die, die ich ein bisschen mehr prefere, muss ich sagen. So, klärt sich ein kleines bisschen. Eine Zeitung in der Hand hat und liest und da muss man sagen, hey, Kranich hat ihr Versprechen eingelöst. Denn Doflamingo hatte ja am Anfang, wo er gefangen genommen worden ist, gesagt, hey, bitte Kranich, gib mir aber wenigstens einmal am Tag eine Zeitung, damit ich ein bisschen was lesen kann. Auf jeden Fall liest er die ganzen Sachen, die auf der Reverie passiert sind und lacht sich tot, was für eine kaputte Welt das ja ist und dass sie niemals langweilig werden würde. Ja, irgendwie muss man sagen, Doflamingo ist zwar gefangen genommen worden, aber es läuft doch eher alles so, wie er es gerne hätte. Die ganze Welt stürzt ins Chaos, die Reverie ist hier und da, die Könige zerfetzen sich gegenseitig, die Revolutionsarmee mischt sich ein. Also eigentlich kann Doflamingo ziemlich gechillt sein und hey, cool, ich bin zwar jetzt gefangen, kann nichts mehr machen, aber ich habe die Welt in ein ziemliches Chaos gestürzt. Jetzt überlege ich gerade, gehen wir mal davon aus, Sabo ist nicht sofort tot, sondern wirklich gefangen genommen worden, dann wird er ja auch irgendwann ins Impel Down gebracht. Die Revolutionsarmee versucht dann sicherlich natürlich auch ins Impel Down einzubrechen, so Ruffy 2.0 mäßig und Sabo daraus zu holen. Was passiert dann, wenn sie Doflamingo sehen? Könnte Doflamingo irgendwann mal bei der Revolutionsarmee dabei sein? Naja gut, ich glaube eher weniger. Die nächste Szene ist dann auf der Pirateninsel Beehive und zwar die Insel, die Blackbeard beschlagnahmt hat bzw. seine Hauptinsel ist und Blackbeard sagt hier gleich einen interessanten Satz und zwar sagt er, wenn die gleich von der Marine aufgesammelt werden, dann hole ich sie mir einfach vorher. Die Frage ist jetzt hierbei nur, wen? Also viele haben das interpretiert, okay, die Marine will jetzt irgendwas aufsammeln. Aber in der Übersetzung, in der ich zumindest lese, heißt es, if they are going to be picked up by the Marines. Was für mich andeutet, dass es sich hierbei um Personen handelt. Wen könnte die Marine holen, den Blackbeard jetzt zuerst haben will? Vielleicht steht da, stand da irgendwas in der Zeitung, ja hey, der Mörder wurde ja noch nicht gefunden, die Revolutionsarmee war aber schuld oder sie hat angegriffen, konnte aber leider entkommen. Dann wäre die Marine ja jetzt hinter der Revolutionsarmee her, zumindest hinter diesen fünf oder vier Kommandeuren. Und vielleicht sagt Blackbeard sich, hey, bevor die Revolutionskommandeure an die Marine gehen, schnapp ich sie mir selber. Ich meine, was er mit denen anfangen will, die werden sicherlich niemals auf seiner Seite sein. Aber hey, wenn man hier so vier Kommandeure der Revolutionsarmee hat, hat man gegenüber der Revos doch ein ziemliches Druckmittel und das könnte extrem interessant sein. Oder es geht Blackbeard einfach nur um die Teufelsfrüchte. Also sollten wir mal überlegen, welche Teufelsfrüchte wohl die Kommandeure haben könnten, die interessant für die Blackbeard Piraten werden. Klar, wir hätten da schon mal Ace Feuerfrucht, wir hätten dann Karasus Rabenfrucht, Belobetti ist ja im Kamerbaker Kingdom, dann haben wir noch Morleys hier Buddel Buddelfrucht oder sowas wie die heißt, ich weiß es nicht mehr. Und ob der Lindbergh irgendeine Frucht hat, Lindbergh, das ist ein cooler Name, Lindbergh. Ob der eine Teufelsfrucht hat, wissen wir ja bisher noch gar nicht. Aber so interessant sind die Früchte eigentlich nicht, bis auf Sabos Feuerfrucht halt. Hm. Naja, wir werden erfahren, was Blackbeards großer Plan dahinter ist und ob auch Aokichi dabei mitmachen wird. Die Szene switcht auf ein Marinekriegsschiff, wo wir Corby sehen, der mit irgendjemandem telefoniert. Und zwar niemand anderem als X-Drake, der sich momentan auf Wano Kuni befindet. Corby, X-Drake, was haben die jetzt miteinander zu tun? Naja, wie uns das Kapitel erklärt, ist X-Drake nämlich gar kein Pirat. Nein, er ist der Kapitän von Marine Hauptquartiers Top Secret Special Force S.O.R.D. Ja, also ist X-Drake ein Doppelagent, der sich bei Kaido irgendwie infiltriert hat, um ihn wahrscheinlich von innen heraus irgendwie zu vernichten oder zumindest die Marine mit Informationen über seine Schritte zu versorgen. Frage hierbei ist jetzt einfach, wer hat S.O.R.D. gegründet? Wie lange gibt es diese Organisation schon? Wer ist alles Mitglied und sowas dabei? Das könnte noch extrem interessant werden. Auch die Namenswahl ist nicht einfach random gewählt, weil sich S.O.R.D. cool anhört oder weil alle Mitglieder Schwerter haben. Wobei Corby ja nicht mit einem Schwert kämpft, sondern mit Hand und Fuß. Naja, gut. Denn C.P.A.G.E.S. Zero. So, A.G.E.S. heißt zu Deutsch Ägidie und die Ägidie war ein Schild, das die griechischen Götter damals hatten. Ja, und hierbei haben wir jetzt eben das S.O.R.D., das sogenannte Schwert. Schild, Schwert. Das Schild, das die Weltregierung schützt, beziehungsweise die Götter, die Tenryubitu und dann haben wir S.O.R.D., das möglicherweise das Schild angreift oder eben für die Götter Operationen leitet, sowie Infiltrationen, Assoziationen, wobei man dafür ja eigentlich auch die C.P. Zero hat. Also können die zwei im Grunde nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten. Möglicherweise hat zum Beispiel Sengok diese Organisation gegründet, um eben so ein bisschen ja, die Weltregierung im Auge zu behalten und auch andere Piratenbanden im Auge zu behandeln. Einfach seine eigene Special Force, die nur auf ihn hört und nicht auf Kong oder die Weltregierung oder auf die Fünf Weisen oder auf Imsama oder auf sonst wen. Wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Aber ich möchte jetzt nicht zu weit zu dem Thema S.O.R.D. eingehen, als wäre da wirklich Mitglieder sein könnten, was sie machen, pipapo. Denn dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Hier wird es jetzt einfach mal nur rein, um die neuesten Informationen im Kapitel gehen. Wie Drake auch erklärt, ist wohl Ruffy immer noch nicht aus dem Udon-Gefängnis raus. Was wir mittlerweile wissen, ist ja nicht mehr der Fall. Aber dadurch, dass sich ja das Ganze wahrscheinlich ein paar Tage vorher abgespielt hat, war Ruffy damals eben noch gefangen. Corby erklärt auch gleichzeitig, dass er auf dem Weg ist zu Boa Hancock. Denn, wie wir jetzt erfahren, wurde auf der Reverie beschlossen, das Shichibukai-System komplett ad acta zu legen. Das heißt, es gibt keine sieben Samurai der Meere mehr. Ab jetzt kann man auch die sieben Samurai der Meere jagen. Oh, 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 oh. Und Corby befindet sich momentan auf dem Weg der Glückspilz. Niemand anderen als Boa Hancock auf Amazon Lily zu jagen. Huuu. Eieieieieieieieieiei. Also ich meine, Corby ist schon ziemlich stark geworden. Er ist mittlerweile ein Rear Admiral, also einen Rang unter einem Vize-Admiral, was in zwei Jahren schon mal gar nicht schlecht ist. Aber gegen Boa Hancock, einem sieben Samurai der Meere, ich meine, klar, sie hatte nur einen 80 Millionen Berry-Bounty, aber das war halt vor, was weiß ich, wie viele Jahren oder wann das auch immer war. Also ich schätze Boa Hancock immer noch deutlich stärker ein als ein Corby. Ich meine, sie beherrscht immerhin die ganzen Haki-Arten und alles und das schon seit Ewigkeiten und hat noch eine Teufelsfrucht, die ziemlich stark ist und Corby ist ein Mann, zumindest soweit wir wissen. Und Männer haben halt eine natürliche Schwäche gegenüber dicken Dingern. Ja, gut. Auf jeden Fall erklärt X-Track auch zu Corby, dass eben Kaido und Big Mom mittlerweile eine Allianz haben. Corby sagt aber auch gleichzeitig, dass die Marine nichts auf Wano Kuni unternehmen wird, weil sie eigentlich die Hoffnung hatten, dass sich Kaido und Big Mom selber vernichten. Tja, scheiße war's, würde ich sagen. Die Marine kann momentan aber einfach nichts machen, weil sie durch die ganzen Ergebnisse der Reverie und durch die Jagd auf die verschiedenen Samurai der Meere einfach mehr als genug zu tun haben. Abgelöst, weil sich sowohl King Riku als auch King Cobra dafür ausgesprochen haben, denn immerhin haben beide ihre Länder durch jeweils einen der Samurai der Meere gelitten. Und man muss natürlich auch sagen, auch jemand wie zum Beispiel Fujitora hat sich nicht gerade dagegen ausgesprochen, er wollte die sieben Samurai der Meere ja so oder so loswerden. Und man muss sagen, für im Sommer oder auch die Fünf Weißen oder die ganze Reverie ist das ganze Thema mit den sieben Samurai der Meere mittlerweile eh ad acta gelegt, denn wir wissen, Vegapunk hat seine Pazifiste erweitert, die sind jetzt wohl genauso stark oder noch stärker vielleicht sogar, deswegen brauchen sie die sieben Samurai der Meere eh nicht mehr. Aber ein bisschen komisch ist hierbei einfach das Thema mit dieser Dreimacht. Am Anfang wurde es ja so hochgelebt, oh die Dreimacht, die darf nicht irgendwie in Stieflage geraten, sonst wird die ganze Welt in Chaos gestürzt. Ja gut, die Admiräle werden ausgetauscht, die Kaiser kommen mal hier, sterben wie auch immer, kommen neue und jetzt werden die sieben Samurai der Meere einfach komplett abgeschafft. Diese Dreimacht geht so langsam den Bach runter würde ich sagen. Und natürlich kriegen wir auch zu sehen, was die sieben Samurai der Meere machen, denn alle werden jetzt mittlerweile gejagt von der Marine. Zuallererst kriegen wir Buggy zu sehen, der ziemlich aufgebracht darüber ist, dass man ihm nicht vorher Bescheid gegeben hat, dass die sieben Samurai der Meere abgeschafft werden. Wieso sollte die Marine das tun, wenn sie euch dann jagen wollen? Buggy ehrlich? Naja, aber auf jeden Fall reagiert er cool und sagt, okay die Marine, sie soll kommen, give him hell. Und in echt denken sie sich einfach nur, okay macht ihr mal hier ein bisschen, beschäftigt sie so ein bisschen, dann kann ich vielleicht irgendwie irgendwo flüchten. Frage ist nur, wo will er denn alleine hin, letzten Endes flüchten? Und es heißt ja immer in der neuen Welt, entweder du schließt dich einem Kaiser an oder du stirbst durch einen Kaiser. Könnte Buggy möglicherweise zu Shanks Bande kommen? Ich meine, er ist alleine, er hat Angst, er braucht irgendetwas Mächtiges bei sich, wo er sich dann entspannt hinlegen kann. Wie wäre es da besser, sich einem Kaiser anzuschließen und wenn welchem Kaiser Buggy und Shanks wieder vereint? Shanks würde sicher nicht Nein sagen und Buggy, der hat einfach nur zu viel Schiss, dass er sterben könnte, also wird er sich sogar wahrscheinlich einem Shanks anschließen. Dann sehen wir noch Mihawk, dieser fährt mit seinem kleinen Bildchen weg vor laute Marinekriegsschiffe, wo ich mich einfach nur wundere, warum zerschnetzelt er denn nicht einfach alle? Dann hätte er einen für seine Ruhe. Aber Mihawk freut sich, dass er endlich mal wieder gejagt wird und er spürt so diesen Thrill in seinem Rücken. Auch Weevil wird mittlerweile gejagt, wobei ich es da echt ein bisschen schwächlich finde. Bei allen Samurais sind da, was weiß ich, wie viele Kriegsschiffe, wie viele Soldaten und sonst irgendwas und bei Weevil sind so um ihn rum vielleicht so 20, 30 Marinefuzzis mit ein paar Schildern und ein paar Pistolen. Ganz ehrlich, denkt ihr wirklich, ihr könnt so einen Weevil besiegen? Also ich muss auch sagen, wer Boa Hancock jagen darf, egal. Wer Buggy jagen darf, der hat Glück. Wer Mihawk oder Weevil jagen muss, ihr seid zum Tode verdammt. Tut mir leid. Die Szene wechselt dann am Schluss noch rüber zu Boa Hancock, die einfach nur sagt, hey Leute, bleibt ruhig, kein Problem. Sie haben wohl vergessen, warum wir überhaupt Shichibukai geworden sind. Nämlich wegen unserer Stärke. Und ich bin jetzt auch mal echt gespannt, wie sich die ganzen Kopfgelder verändern werden. Denn ich denke nicht, dass sie nur ihre alten Kopfgelder bekommen. Die Kopfgelder werden sicherlich ein bisschen erhöht werden, denn die sind ja mittlerweile auch wieder stärker geworden und gefährlicher geworden. Und ja, das war es jetzt auch erstmal zu diesem Kapitel. Ich werde in den nächsten Wochen noch ein paar mehr Videos rausbringen. Und zwar zum Thema Sword. Wer hat es gegründet? Wie lange gibt es sie schon? Wer sind alles Mitglieder? Es wird ein Video darüber geben, welche der Samurai der Meere sich vielleicht einem Kaiser anschließen könnte. Und wenn ja, welchem. Und welche Kopfgelder die sieben Samurai der Meere haben werden. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir immer mit einem Daumen nach oben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt einmal auf den Abo-Button. Sagt mir doch bitte auch in den Kommentaren einmal, wie gefällt euch denn dieses ganze Green-Screen-Setup? Soll ich irgendwas verändern oder wollt ihr meine Frasse eigentlich gar nicht sehen, sondern lieber einfach nur meiner Stimme lauschen? Würde mir auf jeden Fall helfen, wenn ihr mir darunter schreibt, wie es euch denn letzten Endes besser gefällt. Denn letzten Endes sind diese Videos nämlich für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis daheim wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.